Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Block Battle mit dem Fetty. Hallo. Und wir spielen heute hier ein Battle mit V-Bucks, Leute. Ich habe hier V-Bucks gebaut und den Lucky Blocks umgewandelt. Wir haben einmal hier den Cube Lucky Block, den Ice Lucky Block und den Troll Lucky Block mit am Start. Und den Fetty und einen Rucksack. Und wo ich noch euch drauf hinweisen möchte, ist, am Freitag um 12 Uhr Mittag startet der 12-Stunden-Stream, weil wir die 50 VIPs geknackt haben, Leute. Und jetzt auf dem Weg zu 75 VIPs sind, Leute. Jetzt geht die Party ab. Wir haben jetzt gleich 5 Minuten Zeit. Ich stelle uns den Timer. 5 Minuten Zeit, uns auszurüsten. Und dann gibt es ein Deathmatch. Und ich weiß nicht, ob ihr die Cube Lucky Blocks kennt, aber die sind ziemlich OP. So, ich drücke jetzt in 3, was, seht ihr das? So, in 3, 2, 1, jetzt auf Starten und das geht los. Du kannst abbauen, so. Also hier, also, ich warte, lol, natürlich, natürlich, hab ich das Glück, dass direkt der zweite Block, den ich öffne, das Ganze in die Luft fliegt, so. Okay, so, aber jetzt geht's klar. Oh, nice, Holz, ist auch immer gut. Blätter, okay. Ist jetzt aber noch nicht so, ne? Also, ich bin zufrieden mit dem, was ich kenne. Ich hab, so, jetzt mal die Ice Lucky Blocks öffnen. Die haben wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt, Leute. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Aua. Mist, okay. Okay, es ist dunkel. Oh, oh. Erstmal Nacht. Was ist da unten? Das ist der Fall. Zombies. Oh, nein, da ist der Helm runtergefallen, Mist. So, aber Leute, guckt mal, guckt euch diese Spitzsacke hier an. Wie viel Schaden die macht, Leute. Oh, mein Gott. Alle der Helm ist doch nicht runtergefallen. Leute, die Q-Blocky-Blocks, die sind ziemlich OP. Hast du gutes Zeug schon mal rausgekriegt? Ich weiß halt noch immer nicht, was gut ist und was schlecht ist, ne? Also, das ist so. Ja, du musst dir halt einfach angucken, wie viel Schaden was macht oder so, ne? Aua. Ne, ich glaub noch nicht so. Das da macht so viel Damage. Okay. Und das hier können wir schon mal anziehen, Leute. Guckt mal. Guckt mal, Alter. Guckt euch die... Ich zieg mir nix an. Leute, ihr seht das nicht richtig, weil da gerade die Leiste drüber ist. Falls ihr euch fragt, was die graue Leiste ist, Leute, das hat was mit den Fortnite-Lucky-Blocks zu tun, die noch in der Entwicklung sind, Leute. Oh, hab ich euch jetzt gespoilert. Tut mir leid. So, wir ziehen jetzt hier kurz durch. Nein, 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 nein. Aber ich krieg, Alter, ist das nice. Oh Gott, Slash. Oh Gott. Zwei. Zack. Aber ist das krass, Alter. Ich krieg... Ich spoil. LOL. Das war übel. Boah, der Bildschirm war einfach komplett... Was läuft denn bei dir? Der Bildschirm war einfach komplett lila. Oder halt so lilaartig. Ei. So, warum krieg ich denn jetzt Schaden auf einmal? Slash-Bzeug, komm. Das war... Ah, nee. Ich hab halt bessere Waffen, ne? Hier, die da, die sind halt einfach abartig. Alter. Okay. Nein. Aua. Au. Au. Naja, kann ich jetzt sterben? Bullshit, glaub ich. Ich hab nix Gutes. Alter, wie das bei dir aussieht. Du hast die V-Bucks alle zerstört, Mann. Ja. Manche Leute könnten die noch gebrauchen, um Fortnite-Skins zu kaufen. So, Leute, wer von euch hat sich schon mal V-Bucks gekauft oder gegönnt? Huch. Sag mal ehrlich mit euch. Slash-Kill. Ich hab mir tatsächlich damals welche gekauft, wenn mir einer 200 Euro donated hat. Da konnte ich nichts sagen, ich bin zu geizig. Ja, das war... Ja, das ist halt, äh... Nein, Alter. Komm schon. Oh Gott. Okay, sowas brauche ich, Leute. Das hier ist halt... Oh mein Gott. Alter. Ups. So. Bei mir sieht's sehr gut aus, muss ich sagen. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Stuff, was ich hab. Ist überhaupt nicht so, ne? Überhaupt nicht? Ne. Hä? Dann... Gar nicht. Dann machst du irgendwas falsch, weil... Ich glaub's zumindest. Ich glaub, das ist nichts Gutes. Kommt eigentlich. Du siehst du dir die Waffen auch an? Ja, aber eh. So. Wir haben zwar eine Brüche, noch eine Minute 50 Zeit, Leute. Nur mehr? Ja, eine Minute 50. Wow. Ähm. Loll. Führen. Oh, was ist das? Sind die besser eigentlich? Oh, brücken wir nicht viel mehr, aber okay, lassen wir mal an. Lol, das verliert ja... Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Leute, wir brauchen noch einen zweiten Helm. Ein zweiter Helm wäre noch sehr praktisch. Building wish came true. Geil, ich wurde eingebaut. Mist. Äh, Spitzsacker, bitte. Einmal hier. Ich hab ja echt nichts Gutes, ne? Lol. Okay. Alter, wie viel da unten liegt? Ah. Diamanten. Das explodiert bestimmt gleich. Oh. Was war das? Wow. Was war das? Ah, jetzt bin ich ganz unten. Gibt's hier irgendwo einen Helm? Leute, brauchen einen Helm. Also, weil der hier ist... 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 Alter. Ne, ne, ne. Ich will nicht deinen Helm. Oh, das ist... Ähm, stopp. Das sieht schon besser aus. Jawohl, die behalten wir mal. Pantoschuhe. Dann bauen wir mal noch hier unten ab. Lol. Ich glaube, ich habe noch nichts Gutes. Nein, nein, nein. Nicht explodieren. Jetzt habt ihr... Die Items zerstört, doofe Creeper, Alter. Ah, haha. Mann, au. Oh, ist der Boden hier am Sack. Okay, was ist das? Äh, ist die Zeit nicht schon vorbei? Äh, 30 Minuten. Äh, Sekunden noch. Echt? Ja. Wollen wir noch ein bisschen Zeit. Mein Dings tut ja piepsen. Ja, okay. Oh, lol. Fässer. Okay. You're going to die. Ah. Nochmal Fässer. Lol. Hä, was ist das? Ein Ghast. Okay. Okay, jetzt sind noch 10 Sekunden. Komm, ein Helm wäre noch geil. Ein Helm wäre noch geil. Ah, ich hab echt nix gut zu slangen. Miss. Oh, hier liegt noch eine Potion. Die lese ich mal noch auf. Nein. Komm schon, die liegt jetzt direkt vor mir. Das war's. Gehst du mir doch... Ja, stopp. Äh, nichts mehr. Also ich heb nur noch das auf, was auf dem Boden ist. So, jetzt habe ich's. Slash, ähm, lag 2. Und lag 1. Ich mach jetzt lag 1. Mhm. Das ist alles weg. So, äh, mach auf schließen. So. Jetzt kannst du dich noch kurz in Ruhe ausrüsten. Also Leute, da haben wir ein bisschen, so, ein bisschen Pech. Aber, damit haben wir halt extremes Glück mit dem hier. Mhm. Ich hab ein bisschen Statt zum Bauen. Hab hier noch einen Lucky Block im Inventar. Theoretisch. Ähm, Schaden macht das hier am meisten, äh, random Potions. Das macht ein Nuklearkern. Ein Nuklearkern? Ja, guckst du dir doch an, drück mal U drauf, dann weißt du das eigentlich. Wenn man U benutzt. Nuklearbomben, ja, das wäre alles was Nices. Äh, 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 äh. Was, ne Nuklearbomben, halt sie mal in der Hand. Äh, ne, ich hab sie noch nicht, aber ich müsste craften. Ich mach das jetzt aber nicht. Okay, ich mach jetzt mal Slash DM, Leute. So. Und dann gehe ich meinen Spawnpunkt setzen, ne? Oh mein Gott, Slash, Spawnpoint, Slash, Kill, ich bin voll. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ob da was geht. Ich bin ja schon wieder nichts. Was hast du für Rüstung? Ich bin im Nichts. Ah, wieso machst du das immer? Ich muss immer im Disconnecten. Mensch, also Leute, denkt dran. Ich hab Rüstung stehen. Am Freitag um 12 Uhr. Freitag um 12 Uhr, Leute. Komm schon wieder. Was war denn das? Meine Flüte. So, lauf mal auf die andere Seite, mein Guter. Okay, es sieht so aus, als ob ich eine Chance hätte. Du hast halt echt nichts Gutes. Also so wie es aussieht. So wie es aussieht, aber gut, das gucken wir erstmal. Also ich hab keinen Bogen oder so, das kann ich dir schon mal spoilern. Okay. Aber ich hab hier was Tolles, ne? Also die sind schon geil, diese Pillen, die ich hab. Ich nenne ich Pillen zumindest. Also, okay, Fetty. Dann würde ich einfach mal sagen. 3, 2, 1, go. Mhm. Ich hab's in den. Yo, Leute, guckt euch das an. Die Herzen. Alter. Okay, nice. Wohl, wohl, wohl. Also, es geht los. Wo bist du? Wo bist du? Und die Frage ist, wo bist du? Ich seh dich nämlich nicht. Oh, hier. Hallo? Oh mein Gott, du bist halt unsichtbar. Ich schieß mich doch ab, los. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich seh dich. Ich spiel mit dir, Junge. Komm jetzt hin. Aua. Hä? Ah. Ah. Ich seh dich nicht. Ich kann dich wieder nicht schlagen, oder? Hä? Doch. Warum krieg ich dich nicht down? Was hast du geschluckt? Was hast du geschluckt? Ja. Was hast du geschluckt? So ein Lucky Portion. Ein Lucky Portion. Okay, Glück gehabt. Ja. So, jetzt ist meine Rüstung hier leider am Sack. Die hast du nämlich komplett gekillt. Okay, gut. Boah. Also, ich hab hier so God Pillen. By the way. Die sind richtig krass. Das hört sich schlecht für mich an. Das hört sich schlecht für mich an. Ähm, ja. Okay, aber ich versuch die jetzt mal nicht zu verwenden. Ich hab nicht gedacht, dass die so krass OP sind. Die verwende ich jetzt nur im Notfall. Ich hab leider keinen Oberteil mehr. Mist. Okay, dann würde ich sagen, drei... Hallo, noch nicht schießen. Ich triff dich eh nicht. Drei, zwei, eins, go. Go. Nix ist bis jetzt nicht mehr unsichtbar. Oder? Hä? Ich hab dich sofort gesehen. Wo bist du? Das ist die. Wo bist du? Oh, fuck. Ah, hier. Hä, was machst du? Oh, das ist hier ein. Hä? Ja, ja. Wieso machst du sowas? Taktik. Taktik, Maktik. Ja, ja. Weil du mich sehr wahrscheinlich One-Hit ist. Hä? Glaub ich doch nicht. Ja. Genau, auch sowas hab ich gewartet. Als ob ich dich One-Hitte. Als ob ich dich One-Hitte. Ich wette mit dir, wenn du One-Hit ist, mich so slash kill. So, du hast noch ein Leben. Ich bin mir fast sicher, wenn ich diese Pille hier nicht nehme. Die will ich jetzt nämlich echt nicht nehmen. Ähm, ich versuche das mal. So. Oh, lol. Ich hab mich grad selber gekillt. Egal. Ja, easy. Gewonnen. Hä? Ja, ich bin halt kein Spielerkill gewesen, aber egal. Nee, war schon. Ähm, 3, 2, 1, ähm, und go, würd ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. So, ich wette mit dir, du One-Hittest mich. Weil du hast grad eben meine komplette Rüstung mit einem Schlag zerstört gehabt. Echt? Ja, ja. Wo bist du denn? Was hab ich da benutzt? Wo bist du? Ich such dich doch auch grad. Ich such dich auch. Herr Allah, wo bist du? Du bist so schnell. Ich bin nicht unsichtbar, sowieso gesagt. Hä? Also, ob du sitzt einfach auf dem Baum? Lol. Lol, er sitzt halt einfach auf dem Baum. Ja, ich bin Baumhucker. Machen alle Nüsse, also. Jetzt nur freuen. Komm mal her jetzt. Äh, äh. Kommt zu mir. Kommt zu Koko. Wow. Also, so kriegst du keinen Schaden, ne? Loll. Als ob. Ja, im Flug mit Neuscha und Jump Booster hat mir geholfen. Jetzt schlag. Warte. Warte kurz. Warte kurz. Warte. Jetzt bin ich voll mit Rüstung. Schlag mich mal. Komm mal. Komm mal her. Guck. Als ob. Guck, deswegen bin ich von dir weggeblieben, weil dieses kleine Magic Sword ist so krass OP. Das wusste ich nicht. Tja, jetzt weißt du es. Merkst du, aus den Trolllucky Blocks kommt es raus. Ja, du hättest mich mit allem gewonnen, hättest du. Loll. Deswegen hab ich mich ja von dir fern gehalten, Alter. Oh, Mann. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, droppt auf jeden Fall nen Like, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut und tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.